ach so ich habe dann kamen neue gegenstände rein der partylöwe und absoluter nullpunkt und von speer zahnstocher voyager und der dab 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 keine ahnung dafür würde ich aber niemals geld ausgeben wie so skins oder so da bin ich mir das geld zu schade da ist mir das geld echt zu schade bitte eine runde noch und ich bin weg ja komm schon weiter dann gehe ich auch bin weil ich schon halb sieben gleich so auf jeden fall was einfallen lassen wegen dem licht hier ich muss eine andere lampen wollen wir einbauen zum flackert das bild auch so bei mir im hintergrund weil scheiß lampen verbaut sind aber warte mal mein sohn ja wir warten auf jeden fall mit abspringen auf jeden fall zu not fliegen oder halt alle am ende vom bus raus oder jumpen die erste schon allemal die meisten jumpen jetzt schon so ich glaube wir müssen noch mal langsam jumpen ne seika wo bleibst du da ich bin automatisch scheiße okay der falsche wird auch automatisch gezogen vor mir vor mir sind zwei tippes die nicht mehr mit dem team sind wird gut bei seika ist auch einer der nicht in ihrem team also bei uns im team ist also ich bin jetzt an der seite zu den zwei häusern ja das sind jetzt auf jeden fall vier leute also ein team bei dir kommt auch einer zu pass auf es ist an den häusern ein paar wie schnell die ersten leute der daumen gehen das ist unglaublich bei dem spiel ja wozu habe ich jetzt wieder fallen lassen war ja klar billi 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 zwei leute sogar auf der anderen seite im häuschen zwei stück einer ist im erdgeschoss gewesen und der andere ist oben am dachgeschoss hat meine waffe für mich ich habe leider auch noch keine kann passieren kann passieren kein problem das war das hat sich auch kam aber weil ich dich vorhin auch angehtet habe dass ich auf kopf ziehe du bist also immer sofort da und so war ja dann ist immer dankeschön wo ist wo ist seika ist noch inaktiv ihr sohn ist gerade wach geworden oder bauen welche was hoch hinter uns ja ich weiß bin schon da so hat der waffen da ist noch jemand pass auf wo ist er rechts 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 tut mir leid leute kind geht vor alles gut ja super haben wir hier eine waffe so geht es den kleinen nur noch gut oder hat er wieder ja dem geht es gut er wollte nur sich anziehen und rüberkommen ich habe gesagt kann schlaf noch ein bisschen noch draußen teilt euch die jetzt hat man sich also das munition aber jetzt alle fünf hatte ich stehe mache dann speichern und ich weiß noch mal aus inventar öffner auf den gestart drauf gehen und vier drücken aber seika du lebst sogar noch du bist sogar in unserer nähe ja perfekt ach hier so ich war ein einzelner sein falsch hühner kacke hier absetzen da da bin ich so die nächste waffe geht auf jeden fall dann erstmal an dich dankeschön und dann sollten wir schon langsam laufen dass wir auf jeden fall vom vorteil ja bitte ich habe eine kiste gehört ja ich bin schon ich habe mal kurz darauf ich kann damit nicht umgehen leider ja dann gebe ich dir zu meinem sturmgewehr du musstest gucken dass ich irgendwie überlebe so schneiden also ein scoping hier bei dem game ich auch nicht das neid dann geht es ganz am start ich wollte mich hier drüben war gleich noch ein haus das nehmen glaube ich mal noch mit aber da muss uns echt beeilen das war hier gar nicht dass da eine der gewerlichen zone dass wir noch was zu riskant und solange ich auch im live stream bin mein kind kommt nämlich nicht vor die kamera so lange er das nicht selber entscheiden kann weil ich finde das nämlich auch kraftlich die ganzen eltern die ihre kinder so ein facebook rumposten oder in instagram oder sonst ein scheiß na das kind kann nicht mal selber entscheiden ob es in den internet möchte oder nicht das ist auch vollkommen richtig und ich habe gesagt ich stelle erst ein bild in facebook oder irgendwo ins internet oder irgendwo im live stream oder sonst was na sag mal handaufsätze aber netzanonimität gibt schon lange nicht mehr ja ja aber trotzdem wenn die behörden was wissen wollen dann haben die die ganzen informationen aber du weißt halt was ich meine das ist von kind auskommt und nicht von den eltern das ist kind selber entscheiden kann ok hier ist gelootet ja ja auf jeden fall da oben ist auf jeden fall in der waffe die nehme ich mir mal mit ich hatte auch eine gegeben oder ja einer ja das sturmgewehr deswegen weil das war jetzt so wieder nur eine salbe und ich denke auch schon gewährst du dich besser oder ja mit sturmgewehr komme ich besser klar mit pistolen da komme ich sehr gut klar pistolen das macht position und hat nur sechs schuss wie diese komische knalle ist irgendwie immer jetzt mal revolver und eine salve habe ich auch hier hast du für die wenigstens munition nein leider nicht warte kommen her zu papa kommen her zu papa haben wir wieder bei das mal ja geil besonders man merkt auch wenn man mit pc spielern spielt die sind die ganze zeit auch so da hast du das halbe und pistole vielen dank daumen pflücken luftballon ja aber lasst uns das nicht wieder zum verhängnis werden wir hier bei bei n 15 und 30 also ja okay hast du kuscheln warum läuft immer gegen mich ja da unten liegt noch eine waffe das geht aus dem shotgun falls einer braucht da war nämlich schon mit oder zu selber keine ahnung was haben wir schon wer von euch hat es eigentlich wir vergessen liegt ach tobi ja ich habe ich vorhin gesehen ok raketen was wird auf weg ok ich gehe mal kurz hoch zum luftballon ich hoffe ich stelle bei n 15 wissen feind also sind welche die bauten und denkt da die genauerischen ballon die kommen wir kommen wir kommen auf jeden fall auf unsere richtung ich habe die schüsse hörte ist auch noch hier ist einiges los ich spiele auch ich auch ich bin so gut wie tot ich spiele auch fort night also ich denke ich denke weil wir werden auch öfter mal fortzeit spielen ich bin runter geflogen scheiße doch noch einer ich bin so gut keine motion mehr was da kommen wir runter zu uns liegt so viel aber langsamer genau so erst mal ein wiederbeleben soll ich mit wiederbeleben oder willst du viel lieben dank von follower kippe du dich und da kommt schon einer glaube ich ja er hat mich wieder und jetzt wieder selber pass auf der kommt die kommt nein ja scheiße weil ich darunter gefallen denn das war mein verhängnis ich habe kein live mal alter egal kommt vor der kasperle ja also für mich war es dann heute auch leider also ich bin nicht so gut wieder da ich weiß nicht wie es bei euch jetzt aber also nächstes team wird denke ich mal seika montag ja am montag 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 zwischen 19 und 20 uhr steckt man wieder 19 20 19 uhr 30 also halb acht wird dann wird dann wieder losgehen vielen dank für die ganzen zuschauer vielen lieben dank an die neuen follower ich wünsche euch auch noch eine gute nacht er gesagt guten morgen und auf dass wir uns das nächste mal wiedersehen euer bilder gefällt danke schön dass sie mir heute zugeschaut habe danke für die vielen neuen tollen follower ich würde mich freuen wenn ihr noch mal einschalten würdet bis dann ciao bis montag